jetzt geht es mir um glyphen als alternativen ich mache das in adobe indesign das können sie aber auch in illustrator oder photoshop machen das glüfen panel finden sie unter schrift und dann können sie hier runter gehen und dann sehen sie die glüfen je nach schrift sieht das wieder ganz anders aus also wenn ich ja irgendwann auf ein buchstaben gehe springe ich dort hin das möchte ich aber nicht zeigen ich möchte jetzt mal zeigen wie man mit sogenannten alternativen arbeitet das ist eine wirklich sehr schöne sache sie sehen hier im open type format kann es bis zu 65.536 gelieven haben ich verwende jetzt die schrift alfresco die finden sie in adobe typekit und die sollte eigentlich mit jedem plan herunterzuladen sein gut das heißt ich mache jetzt mal ganz kurz eine textbox ich ziehe die mal aus und schreibe hier mal vermissell rein jetzt habe ich da noch ein absatzformat das nehme ich noch raus und sage hier vielleicht nehme ich mal die schrift diese alfresco desto eine schreibschrift noch mal da 72 punkt dass man das sieht so jetzt kennt vielleicht nicht jeder vermissell würde ich gerne nach vorstellen ich habe da mal was aus wikipedia kopiert dass man das sieht die können das fast noch besser erklären als ich also was sagen die da was ist ein vermissell sie können selbst lesen ganz einfach gesagt ist ein schweizer dessert aus moroni püree stammt aus dem tessin oder auf der südschweiz und wer es noch nie probiert hat ich würde es mal machen es lohnt sich gut das löschen jetzt wieder schiebe das nach oben und macht die box ein bisschen grösser ich kopiere das und schiebe das nach zwei mal rein jetzt mache ich das noch ein bisschen grösser ja machen vielleicht 100 gerade zahl und jetzt wenn ich das anwähle könnte ich hier auf dieses klicken dann wird das verteilt so wie ich möchte in der grösse so absatzmatte brauche ich keine jetzt da gehe ich hin und jetzt sehe ich hier unter dem v dass es noch verschiedene gibt ich nehme jetzt mal das zweite dieses v an und nehme da das dritte v so sie sehen jetzt sieht diese schrift schon komplett anders anders aus sie können jetzt jeden buchstaben machen ich mache es immer mit dem ersten und dem letzten das sieht vielfach sehr schön aus was sie da auch machen können ist natürlich hier sagen ich möchte nur die alternativen sehen und wenn ich da jetzt auf das s gehe blendet er mir die alle s ein das kann ich hier im griffen panel machen noch einfacher ist es wenn sie hier hingehen kurz warten und dann könnte ich zum beispiel dieses s nehmen dahin gehen und dieses s geben und schon sieht das ganz anders aus sie sehen wenn sie so etwas machen lohnt es sich vielleicht mal über die alternativen in einer schrift nachzudenken oder das auszuprobieren natürlich hat das nicht jede schrift aber sie können das wirklich sehr gut hier einblenden wenn sie hier oben sagen nicht die gesamte schrift sondern nur mal die alternativen dann gehen sie auf den buchstaben den sie möchten und sie sehen die ganze auswahl und natürlich kann so etwas in einer titelschrift ganz anders und vielleicht auch viel schöner aussehen wie nur das normale nicht immer dass es so ist aber das würde ich mal austesten das sind die alternativen wie gesagt ich habe hier die schrift alfresco genommen und mit der funktioniert es sehr gut unbedingt mal austesten und wenn sie so etwas haben ein schriftzug oder irgendwas sind alternativen in den griffen eine ganz tolle sache ja ja